Komm, Toni! Toni! Toni, komm mal! Komm, Toni! Toni! Schafe sind Sympathieträger in der Bevölkerung und Überträger emotionaler Botschaften. Und so können vielleicht viele Menschen emotional erreicht werden, wenn die Logik und die wissenschaftliche Argumentation nicht hinhaut. Komm, komm, komm! Keine Wurststunde raus, meine Mutter nicht. Komm! Die erste Idee kam mir im Sommer, als ich da so ein Schafehütenteam-Building hatte. Und da hat die Gruppe die Schafe geführt und hinten waren die schwächsten, die Lämmer. Und da musste man sich um die besonders kümmern, weil die natürlich eben nicht nachkamen. Und da hatte ich dann die Idee, uns Menschen geht es ja genauso. Wir müssen eben auch als Mehrheit darauf achten, dass die Schwächsten mitkommen. Und wir müssen die Schwachen mitnehmen und da abholen, wo sie sind. Nicht? Und... 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 Und das war die Schwächsten mitnehmen. Untertitelung. BR 2018 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bye.